In dem Hadith der Winter Propheten, das ist der Hadith von Hudayfa, er erwähnt dann, dass die Menschen über den Sirat gehen werden. Manche werden gehen über diese Brücke wie ein Blitz. Ein Blitz, das bedeutet, wie im Augenzwinker. Du hast hingeschaut und er ist schon da. Manche werden wie schnelle Vögel drüberfliegen oder in der Geschwindigkeit. Manche werden kriechen. Manche werden kriechen. Manche werden an den Haken hängen bleiben. Manche werden kriechen, von den Haken etwas abbekommen, aber doch noch kriechend, krampfhaft irgendwie rüberkommen. Manche werden einstürzen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Es sind ihre Handlungen, die ihre Geschwindigkeit und die Art und Weise, wie sie gehen, bestimmen. Angeh bunch für Schlacht. Und dann, wenn du noch etwas... Vielen Dank.